Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Outlast. Ich bin Vasco und wir sind hier auf der Flucht vor Träger. Da ist er. Ich habe mich nicht verhört in der letzten Folge, der war da tatsächlich. Und der checkt hier gerade die Umgebung ab und wir müssen einen Schlüssel finden, Schlüssel der Freiheit sozusagen, um hier endlich rauszukommen und sie sagen... So, jetzt hat er aufgegeben. Ja, die Füße hättest du mir aber echt abschneiden sollen. Stattdessen schneidet er mir zwei Finger ab, so sinnlos einfach nur. So, ich muss ja wieder meinen Timer stellen, weil ich habe ja in der letzten Folge gesagt, die Folgen werden so nicht länger als 10 Minuten, weil ich bin momentan in London auf Studienfahrt. Und der patrouilliert hier. Ich glaube, wir müssen einfach raus. Das macht, glaube ich... Keinen... Ach, der ist da, sagst du, wo... Wo ist Tracker? Wow! Wow, 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 wow. Okay, da müssen wir raus. Da ist der Schlüssel. Da, 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 da. Hallo, jetzt spring da hoch. Alter. Alter, jetzt sind wir schon zweimal gestorben, ey. Ich erschrecke mich immer so. Ich denke, der... ich schiebe das ganz schnell zur seite da habe ich jetzt kein bock drauf ja 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 okay wir laufen noch unsere runde die haben wir in der letzten folge schon gelaufen ist die absolute mega taktik oh gott oh gott sagt sonst muss er hier genau das ist an der tür genauso wollen wir es haben jetzt wird hier gerade weder ja 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 nur weil ihr so dumm seit um euch fesseln das hier ist das hier nicht passiert so und jetzt aufmachen 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 sonst bei allem wir uns gleich ich renne jetzt hier gleich durch ja 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 schreit mal los heute eine kleine pussy bist so können wir nicht durch und da sind wir auch schon diesmal zieht der tracker uns nicht runter so und aber das thema gespannt wurde schluss ist der muss irgendwo sein wir waren ja schon am ausgang aber der tracker hatte uns da am rollstuhl gefesselt gab es natürlich nicht sogar hier ist so wo sind wir denn jetzt hier können wir hier raus tatsächlich tatsache was kann man jetzt hier machen ein schluss wo müssen wir bis wir da lang nein 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 müssen wieder zurück wie komme ich hier wieder zurück wo muss ich denn jetzt hier lang hallo wir können reden wir können reden ein kleines interview vielleicht träger ich bin hier nicht nene nein ich bin hier nicht nein nein ich bin hier nicht wusste hin scheiße müssen glaube ich dahin wo er war irgendwie wollen wir durch rennen kommen usein bold modus an usein bold ist on the way renn 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 macht die tür zu macht die tür zu nice 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 hammer nice hammer nicht nice dadurch 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 da ja 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 und jetzt renn ok wo lang da lang ich glaube da lang jetzt weiß ich wo wir sind nein weiß ich nicht aber wir sind hier richtig wir sind wieder da wo wir hin müssen nein 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 da nicht da nicht da nicht da nicht ok ganz ruhig du kannst nicht schnell rennen er trabt eigentlich nur ist aber so schnell wie ich das richtig hab noch mal die tür ist nicht mehr existent und wo ist diese tür wo ist die tür wo wir hin müssen ist die vielleicht hier nein ist sie hier nein das ist das verkackte klo nein 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 du wiesst mich nicht nein 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 oh bist du boh wie alter ok so wo ist jetzt die ich glaube zwar hier nein 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 scheiße wo war das hier ich weiß es nicht und ich bin fast down aber tracker ist weg einmal es ist hier müssen wir da lang schieben wir das hier erstmal weg ich glaube ja der aufzug ja 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 können wir in dieser folge raus haben wir es geschafft ich glaube es fast nicht aber und jetzt ja 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 Und jetzt Ach ja Und wie soll ich denn wieder nicht rauskommen Weil der Typ einfach zu fett war Oh no Tja Dann müssen wir mal weiter Ich sollte überhaupt nicht so leise reden Weil immer wenn ich leise rede Passiert irgendwas Offensichtlich müssen wir hier runter Da ist Was ist das hier? Ist zu Boah das sieht ja sehr schön weitläufig aus Das mag ich Ohne scheiß Wenn ich dieses Spiel entwickeln würde Ich würde alle paar Meter einen Schocker machen So richtig übertrieben oft Also ich mache immer wieder die Lampe aus Weil manchmal Es ist besser die Aus zu haben Wenn man genug Licht hat Aber hier Ist schon jemand gewesen Schau mal da Hallo Findet draußen Vater Martin Martin so heißt mein Vater Sehr geil Er mag seinen Namen selber nicht Hat mein Vater mal gesagt Findet ihn richtig dämlich Hm Ich habe mal eine Kamera Die ist so viel geiler als unsere vielleicht Hier was zum Verstecken Soll ich die mal aufmachen? Komm Oh hier ist ganz schön rauchig Ich sehe hier fast gar nichts Wie ist auch gar nichts Hier sind nur brennende Hände Also ganz harmlos Kennt ja jeder Brennende Hände Hat jeder in seiner In seinem Waschbecken liegen Vater Martin Sind wir jetzt hier nicht hergekommen? Ich weiß gar nicht Doch 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 hier sind wir hergekommen Ey wo sollen wir denn jetzt hier raus? Vater Martin Ein Tipp wäre nicht schlecht Ein Tipp wäre ich habe gerade noch auf die Uhr geschaut Ich muss ja diese 10 Minuten einhalten Weil sonst wird das mit dem Rendern und Hochladen nix Also verzeiht mir da Wenn die Folgen manchmal ein bisschen länger sind Aber ich glaube Das heißt nicht Dass sie nicht intensiv genug sind Hier vielleicht Aha Aha Naja hier sind wir schon mal richtig Diese Musik sehr beruhigend Ich will hier einfach nur noch raus Vielleicht hier raus Hammer nice Oh Feuer geil Licht Ja schön Vielleicht hier drüber Ja geil Oh Ich hatte zu brennen All of es Merkav took so much von uns Usd uns Turned uns In diese Things Because nobody cares About a few forgotten lunatiker So let it burn Burn the whole God damn thing down Get out If you want to live You can get out Through the kitchen Two faces Das hier übrigens Girl through kitchen Sagste Ich möchte mir trotzdem nochmal umschauen Falls hier Batterien sind Supermann übrigens Der Typ hier gerade Sehr nett Und auch noch so ein bisschen Bei verstanden würde ich sagen Also ich würde sagen Dem kann man schon noch ein bisschen helfen Dem dann nicht mehr Ja ganz schön hart Aber es ist halt so Der sitzt der da Will der sich damit abfackern lassen Komm schon Geh mit mir mit Und wo geht's ja eigentlich Zur kitchen Hier wahrscheinlich Wo geht's denn jetzt zur kitchen Sind wir hier nicht hergekommen Könntest du mir vielleicht Den genaueren Weg sagen Junge Ne hier sind wir ja gekommen Genau durchs Fenster Durch dann hier An ihm vorbei Der hat irgendwie nacht Ah Hier Können wir da drüber Aua Ja und wie soll ich jetzt hier durch Hier durch krabbeln irgendwo Das müsste doch eigentlich irgendwie gehen Tja Ich brauche irgendwie Feuerlöscher oder sowas Wir müssen da lang Es bleibt uns keine andere Alternative Und jetzt hier durch crunchen Crouchen Crunchen Und hier machen wir dann auch wieder einen Cut Freunde Wir sehen uns in der nächsten Folge Ich hoffe ihr habt euch Spaß gemacht Wenn ja Daumen nach oben Und wenn ihr wollt auch noch abonnieren Wenn nicht dann nicht Ciao